Wir haben es geschafft. Wir haben sie besiegt. Ich danke dir. Dank deiner Hilfe wurden die Kühe gerettet. Ich habe nicht mehr gesehen, wo du warst. Drinnen. Ja, toll. Nimm bitte diese kleine Aufmerksamkeit an. Wenn du trinkst, vergiss nicht, eine Hand in die Hüfte zu stimmen. Du hast eine Milchflasche erhalten. Damit die dritte Flasche. Die Milch versorgt dich mit wertvollem Calcium. Drückte C, um einen kräftigen Schluck zu dir zu nehmen. Dadurch werden fünf deiner Herzen geöffnet. Die Flasche enthält zwei Schlucke. Vergiss nicht, die leere Flasche wiederzuverwenden. Meine Schwester wird gleich aufstehen. Ich muss rasch zurück auf mein Zimmer. Bis später, kleiner Held. Du hast dem Bauernmädchen geholfen und Kühe gerettet. Wurde nun dieses Buch vermerkt. Ich habe Kühe vor Außerirdischen gerettet. So, jetzt kannst du eigentlich gleich weiterspulen. Soll ich nicht erstmal nochmal den zwei Leuten suchen? Achso, ja, kannst du auch machen. Ich weiß echt nicht, wo die sind gerade. Also ich weiß, dass die irgendwo da rumlaufen müssten. Ich bin irgendwo in der Nähe von der Farm. Frag mich nicht, ob direkt auf der Farm oder in der Farm rum. Aber du kannst, also sonst könntest du einfach jetzt bis abends vorspulen und dann der anderen Schwester helfen. Was will die denn? Sie hat ja gesagt, um 18 Uhr will sie Milch in die Stadt transportieren. Ja, jetzt lass mal den Tag noch beginnen und dann kannst du dich nochmal umgucken, ob irgendwelche Leute rumlaufen. Ja. Weil sonst kannst du dann in dein Notizbuch gucken. Da müsste drinstehen um 18 Uhr, dass die andere Schwester was will. Dämmerung des zweiten Tages. Es verbleiben 48 Stunden. Damm, 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 damm. Kikariki. Ein Schiedsbuch. So. Achso, das ist erst beim zweiten Tag. Stimmt, 18 Uhr. Dann kann ich das vorspulen. Ja. So. Achso, achso. Enough. Hey. 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 Ich habe keine Ahnung, wo die sein sollen. Vielleicht sind die einfach nicht da jetzt zu dem Zeitpunkt. Ach, jetzt fängt es an zu regnen. Kann auch sein, dass die in der Stadt oder... Dass die halt irgendwo draußen rumrennen. Die haben nur was mit der Farm zu tun, also... Hm, gut, dann spüre ich vor. Ja, ist egal. Kannst auch erst das machen. Das ist nur so eine... Auch wieder so eine Nebenquest, die ist nicht so wichtig. Und wenn man die jetzt halt hier irgendwo findet, dann kann man die machen. Wir brauchen immer noch eine Flasche. Ich muss mir gerade mal aus dem Hirn sagen, wo es noch Flaschen gibt. Ich glaube, da können wir eine... Nacht des zweiten Tages. Verbleiben 46 Stunden. So, jetzt ist es 6 Uhr abends. Dann müsste es ja jetzt losgehen irgendwo. Müsst du die anquatschen. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ah, da hinten scheint eine Person zu sein. Da. Ja, genau, das ist der Milchwagen. Ich komme! Äh, hallo? Reden? Reden, 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 reden. Anvisieren. Reden. So. Oh, guten Abend. Ich fahre jetzt in die Stadt, um meine Lieferung zu machen. Möchtest du mitfahren? Klar. Jetzt musst du von dem Wagen ausschießen. Also auch wieder Pfeile ausrüsten. Mhm, genau. Das freut mich. Ich fühle mich irgendwie sehr einsam. Daher freue ich mich über jede Gesellschaft. Es ist schon eine Weile her, seit unser Vater von uns gegangen ist. Ich kümmere mich um die Weile, aber das ist nicht immer einfach. Die Kühe wirken irgendwie bedrückt und erschöpft. Auch finde ich überall zerbrochene Krüge. Wer kann das nur gewesen sein? Auch meine Schwester Romani scheint sehr besorgt zu sein. Sie übt täglich mit dem Bogen, um die Geister zu jagen. Was erzählt man sich in der Stadt über den Mond? Er scheint viel größer zu sein als sonst. Ein Pferd steht im Weg. Sollte es einfach überfahren. Ich habe eine Freundin in der Stadt. Ihr Name ist Anju. Anju, übermorgen wird sie als Braut vor dem Altar treten. Ich frage mich, ob dieses Ding tatsächlich herabstürzen wird. Was? Die Straße? Junge, schnapp dir einen Bogen. Warum auch immer der Zaun plötzlich von dort nach dort ist. Keine Ahnung. Ist einfach so. Zuerst wird die Milchstraße durch einen Felsen blockiert. Und jetzt? Uns bleibt keine Wahl. Wir müssen wohl diesen Umweg in Kauf nehmen. Das waren dann die Typen, die ich meinte, oder? Bist du bereit? Ich werde versuchen, uns so rasch wie möglich herauszubringen. Du musst versuchen, unsere Verfolger mit Pfeilen zu jagen. Ich glaube, sie sind hinter den Milchkrügen hier. Weißt du, was du zu tun hast? Ja. Danke, ich verlasse mich auf dich. Wenn ihr es schaffen, hier heil herauszukommen, dann bin ich dir einen großen Gefeuern schuldig. Ist hier das Verlangsamen auch wieder nützlich? Nee. Aber da musst du jetzt echt aufpassen, weil die kommen ziemlich schnell ran. Weil das sind, glaube ich, die, die ich meinte. Kann man die auch töten? Ah ah. Ah, die brauchst du noch. Oh Mann, die treffen mich jedes Mal. Ja, du musst gucken, weil es dürfen dir nicht alle Milchkrüge kaputt gehen. Schieß einfach. Einfach draufballern. Das ist eh unendlich, Pfeile. Ja. Einfach schießen. Ja. So ähnlich. Ja, super. Ja, es ist nämlich einer kaputt. Ja. Wir dürfen nicht alle kassieren. Habe ich es geschafft? Ja. Ja. Scheinbar. Ein Milchkrug ist kaputt gegangen, naja. Ja, ist nicht schlimm. Herr Barton war sehr froh, endlich wieder eine Lieferung zu erhalten. Ich danke dir. Du warst großartig. Das ist zwar nicht viel, aber bitte nimm es an. Du hast Romanis Maske erhalten. Jetzt kann ich mich wie eine Kuh verhalten. Nee, du kannst jetzt in diese Milchbar rein. Durch nur eine gute Tat kann ein Kind zum Erwachsenen werden. Diese Maske wird nur an wenigen Erwachsenen, äh, Kunden vergeben. Sie ist das Zeichen der Mitgliedschaft. Hiermit erkenne ich dich als Erwachsener. Du hast die Milch beschützt. Ach ja, das wurde im Tizbuch bemerkt. Weil das waren genau diese zwei Typen da. Ja, die haben auch noch eine Nebenquest. Oder bei denen kannst du eine Nebenquest machen. Okay. Ja. Gut. Also da kannst du, ähm, ein Rennen mit Epona machen. Ich weiß nicht, ob du das machen willst. Weil du magst ja nicht so gern weiten. Äh, ich weiß nicht. Äh, ist es wichtig? Nö, ist nur eine Nebenquest. Flickst du dir irgendeine Maske? Hm. Vielleicht mach ich später mal sehen. Ja, die ist nicht so wichtig. Ich muss jetzt so grad echt überlegen mit der scheiß Flasche. Weil vier Flaschen sind, also es ist unpraktisch, wenn du nicht vier Flaschen hast jetzt so vom nächsten Dungeon. Hm. Es ist scheiß unpraktisch. Du musst gucken, wo du noch eine herkriegst. Aber ich glaub, du kriegst in der Nähe vom Dungeon noch irgendwo eine. Ja, egal. Ähm. Ja. Dann, was steht noch auf deiner Agenda? Ähm. Und zwar, das ist, warum wir jetzt den roten Trank gekauft haben. Okay. Äh, du brauchst erstmal Epona. Kann ich die in der Stadt rufen oder soll ich die da draußen rufen? Du gehst jetzt nach Osten raus und rufst Epona, die müsste eigentlich kommen. Ja, kommen sowieso. Aber, ja. So. Dann. Eponas Lied gespielt. Hallo Epona. So, und jetzt hier einfach weiter, oder was? Einfach nach Osten. Auf, wenn die verloren ist, statt. Ich müssen jetzt sowieso Zäune kommen, über die du hüpfen musst. Achso, das heißt, ich wäre ohne Epona gar nicht hier langgekommen. Hm, hm. Na, ein Glück kann Epona so gut über Zäune springen. Du musst gucken, du brauchst diese Karotten dafür. Ja, schon klar. Genau. Und jetzt wartet es an. Ich nehme an, da muss ich auch hoch. Äh, warte mal, warte mal, warte mal. Oder warte mal. Ganz, ganz, ganz ruhig. Hi, 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 hi. Was machst du an so einem Ort wie diesem? Der Hügel von Ikana ist ein Ort, an dem gequälte Geister Ruhe los und herziehen. Auch jetzt noch ziehen die Geister auf der Ruhe nach dem Umher, der sie retten kann. Dies ist ganz sicher kein Ort für dich. Doch zieht es dich dorthin, finde die Maske, in der die Irlinge geister wohnen. Und du findest sie nahe der Wrench. Ohne diese Maske kannst du ihre Seelen nicht retten. Bis dahin darfst du hier nicht vorbei. Hi, hi, hi. Ohne die Maske der Wrench? Hat er gerade das gesagt? Warte mal. Warte mal, ich muss kurz überlegen. Eigentlich müsste das, also das, was ich jetzt vorhabe, müsste eigentlich ohne die komische Maske gehen. Und das ist nicht diese Maske. Hast du denn eigentlich ein eigenes Pferd? Und so, und du nicht im Besitz der Maske bist, in der die verirrten Geister bewohnen, lasse ich dich nicht vorbei. Der mit dem schwarzen Herzen nahe der Wrench führt sie mit dich. Das ist die Nebenquist, die ich meinte mit den Typen da. Aber jetzt guck dich mal nochmal um. Genau, stopp, 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 stopp. Ja, ja, ja. Epona will immer so nicht... Steck einfach mal. Ja, ja, ich will ja absteigen, aber... Einfach mal absteigen und die Maske abnehmen. So. Und da sind es Steine, die irgendwie auffällig aussehen. Bombe. Nein. Hm. Was tun wir, wenn irgendwas auffällig aussieht? Ähm. Keine Ahnung. Na komm schon. Bomben legen? Ich weiß es nicht. Was sagst du denn so für Ei? Guck dir mal deine Items an. Bombe? Nein. Hör auf mit deiner Bombe. Geh mal weg von deiner Bombe. Du hast noch andere Items. Okay. 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 Huch. Sag nicht das. Ich bin schockiert. Du bist die erste Person, die jemals mit mir gesprochen hat. Ich bin nun schon seit vielen Jahren hier. Fuchtle mit den Armen und bitte um jeden Hilfe der... Aber alle Leute ignorieren mich und gehen einfach weiter. Es liegt wohl daran, dass ich so auffällig wie ein Stein bin. Aber daran habe ich mich schon gewöhnt. Ähm. Ich hätte da eine Bitte. Würdest du mir etwas Medizin geben, damit sich auch ein unauffälliger Stein wie ich besser fühlt? Ah ja. Interessant ist, dass das Auge der Wahrheit, die du jetzt nicht aufhörst, dann... Ah, das ist es, das. Ich glaube, ich fühle mich besser. Oh, danke. Oh, äh, danke. Oh, hier. Als Dankeschön. Du hast die Felsmaske erhalten. Aha. Ich muss jetzt üben, mich auffällig zu benehmen. Jiro, der steinernde Soldat wurde ins Netzwerk reingetragen. Mhm. So, und die Maske, die du jetzt bekommen hast, ist das nämlich das wichtigste Item für den nächsten... Dungeon. Abschnitt. Abschnitt. Du wirst nicht unsichtbar. Die Leute achten nur nicht mehr auf dich. Das heißt, ich kann jetzt richtig stehlen. Ne, wenn du... Ähm, also entweder wir gehen jetzt zum nächsten, ja. Dungeon? Es ist nicht wirklich noch nicht so ganz wenig, aber die Vorbereitung zum nächsten Dungeon, oder du machst jetzt noch die komische Quest mit dieser Maske, wo der eine Typ meint, aber die ist nicht so wichtig. Ist sie denn sehr schwer? Du musst halt ein Rennen machen. Du musst gegen diese Typen da ein Rennen gewinnen. Mit dem Bruna. Und du bist jetzt nicht so gut im Reiten, deswegen... Naja, dann lassen wir es. Also, es ist wie gesagt nicht so wichtig. Du musst jetzt halt nur zurück in die Stadt. Ja, die muss jetzt nicht weiter. Achso, du bist jetzt auf dem... Ja, du bist jetzt auf dem Friedhof, da kannst du zu dem Zeitpunkt noch nichts machen. Da kannst du erst, glaube ich, in der dritten Nacht ausmachen. Hm. Na gut, dann, äh, gehe ich jetzt, äh... Ach komm, wisst du was, ich mache einfach dieses dämliche Rennen jetzt. Okay. Ja, dann musst du jetzt da, wo du vorhin vorbeigefahren bist, mit dem Milchwagen. Die sind mit diesen zwei Typen da. Hat dir der eine da oben sitzende ja schon gesagt. In der Nähe von der Ranch, der, wie hat das ja gesagt, schwarze Mann oder so. Hm, ja, die, keine Ahnung, die dunklen Männer oder sowas. Weiß ich nicht. Hm. Achso, das ist der Typ, komisch Astro-Naut. Astro-Naut? Ja, keine Ahnung, das ist mir gerade eingefallen. Weil er halt irgendwas mit, äh, Astro-Typ... Astro-Logo oder... Teleskop, das wollte ich sagen. Weil er halt ein Teleskop hatte. Observatorium. Also, es ist nicht direkt auf der Ranch, ne? Also, es ist jetzt, äh... Du kannst über den Zaun springen und dann nach links. Oder nee, oder? Doch, ja. Doch über den Zaun und dann nach links. Ich kann auch direkt nach links noch nicht. Ich weiß nicht, ob du da direkt auch rauskommst. Kann sein. Doch, ja. Endstrecke der Gormann-Prüger. Um... ...